Bei 6G gehen wir davon aus, dass all die Vorzüge, die wir jetzt mit 5G schon sehen, wie geringe Latenz, hohe Bandbreite, hohe Erreichbarkeit von vielen Geräten, auch in den Konsumbereich Einzug nimmt und wir so eine Verschmelzung auch zwischen Wi-Fi und Mobilfunk sehen werden. Über morgen. Dein Podcast von Inside Digital. Hallo zu einer neuen Folge von Übermorgen. Heute tauchen wir in die Welt des Mobilfunks ein. Wie entwickelt sich der Mobilfunk gerade weiter? Was bedeutet 5G Standalone eigentlich und wie weit sind wir von 6G entfernt? Was kann das eigentlich und wofür brauchen wir das überhaupt? Gemeinsam mit dem Innovationschef von Vodafone werfen wir einen Blick auf die Technologien, die in der Zukunft unseren Alltag beeinflussen können. Außerdem geht es um neue Games, die ihr diesen Herbst unbedingt ausprobieren solltet. Wir klären, welchen Internetrouter ihr braucht und beantworten eine der wichtigsten Fragen der Menschheit. Warum kommen Züge fast immer zu spät? Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen heute über das Internet der Zukunft und die nächste Generation des Mobilfunkstandards. Bei uns ist Michael Reinertz, der Innovationschef von Vodafone. Hallo, vielen Dank, dass du heute da bist. Guten Morgen, freut mich sehr. Und eigentlich muss ich mich doppelt bedanken, weil ich bin nicht in unserem Podcaststudio, sondern ich bin bei euch in Düsseldorf, hier oben in der Zentrale im 18. Stock mit dem perfekten Blick in eurem Podcaststudio. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wetter könnte besser sein, vielleicht kommst du das nächste Mal wieder, aber es freut uns, dich hier zu haben. Dankeschön. Sag mal, Michael, wann hast du denn das letzte Mal darüber nachgedacht, wie das Internet so in 10 oder 20 Jahren aussehen könnte? Und was war da so deine Vision? Darüber nachdenken tue ich eigentlich immer, nicht nur, weil es mein Job ist, sondern weil es mich auch selbst interessiert. Das große Ziel ist, einfach kontinuierlich die Leistungsfähigkeit unserer Netze auf den neuesten Stand zu bringen und zu gewährleisten, dass unsere Kunden die bestmögliche Qualität am Handy, aber natürlich auch zu Hause bekommen. Und dafür ist ja die Basis aktuell unser 5G-Netz. Wie schafft denn das die Voraussetzungen für diese kommenden Technologien, die da noch auf uns zukommen könnten? Also wir haben ja vor mehr als fünf Jahren, 2019, schon mit dem 5G-Netz gestartet. Wir haben Halbzeit jetzt, ne? Genau, wir haben Halbzeit. Man sagt so quasi jedes, alle zehn Jahre, alle zehn bis 15 Jahre kommt so eine neue Technologie auf uns zu. 5G war darauf ausgelegt und es ist interessant, jetzt mal vorwegnehmend, das 5G-Netz war jetzt sehr businesslastig und für den industriellen Einsatz vorgesehen. Und wenn wir so ein bisschen zurückgehen, alle ungeraden Netze sind ähnlich gelagert. Bei 6G gehen wir davon aus, dass all die Vorzüge, die wir jetzt mit 5G schon sehen, wie geringe Latenz, hohe Bandbreite, hohe Erreichbarkeit von vielen Geräten auch in den Konsumbereich Einzug nimmt und wir so eine Verschmelzung auch zwischen Wi-Fi und Mobilfunk sehen werden. Du hast eben gesagt Industrie und viel Business. Das ist so das, was 5G aktuell auch bedient. Für uns Normalverbraucherinnen und Verbraucher ist es noch ein Ticken weit weg. Wie lange wird das noch brauchen? Also wir stellen ja gerade quasi unser Netz komplett flächendeckend auch auf 5G Standalone um. Das heißt, diese schnelle Reaktionsfähigkeit kommt jetzt auch demnächst bei jedem unserer Kunden an. Das heißt, bestimmte Dinge werden einfach, gerade wenn ich an Gaming denke, wo das Thema Latenz eine ganz große Rolle spielt, für jedermann spürbar. Für uns ist natürlich auch das Thema Energieeffizienz ein ganz wesentliches. Neue Netze lassen sich natürlich viel besser und viel grüner betreiben, als es alte Netze getan haben. Und darauf bauen wir natürlich auf und setzen natürlich auch alles daran, unsere Infrastruktur, die man nicht sieht, so weit auf den neuesten Stand zu bringen, dass diese Energieeffizienz auch durchdringt. 5G Standalone hast du eben gesagt. Kannst du vielleicht für alle noch mal kurz abholen, was ist der Unterschied zwischen 5G Standalone und dem 5G, was wir aktuell eigentlich haben? Also wir haben früher mal den Vergleich gemacht, dass es quasi ein, wenn man sich jetzt ein Fahrrad nimmt und das mit Stützrädern hat, dann wäre das 5G, das man so landläufig in den letzten Jahren gesehen hat, jenes mit den Stützrädern, das eben auf Infrastruktur noch zurückgreift, die noch nicht 5G konform war. Sprich, der Kern des Netzes hat noch auf 4G-Technologie bestanden und quasi das Internet und auch das 5G-Netz ohne diese Stützräder ist dieses echte 5G, wo die gesamte Ende-zu-Ende-Verbindung zwischen dem Endgerät und der Applikation über echte 5G-Infrastruktur abgewickelt wird. Das heißt, auch der Core ist dann 5G. Du hast gerade gesagt, für Gaming ist das besonders wichtig. Die kurzen Latenzen gibt es… Im Consumer-Bereich. Genau, genau. Also gibt es da noch andere Anwendungen für Verbraucherinnen und Verbraucher, weil so auf dem Smartphone mit Non-Standalone kommt ja nicht ohne LTE aus, aber wird das überhaupt nötig sein? Also brauchen wir diese, brauchen wir Standalone auch auf Smartphones? Es wird verschiedene Anwendungszwecke zum Beispiel im Kontext Mixed Reality geben, wo das Thema Latenz eine ganz wesentliche Rolle spielt. Wir haben das auch schon mal gezeigt, Augmented Reality im Fußballstadion zu zeigen. Wenn da die Latenz nicht passt, dann funktioniert auch das Verfolgen des Spielers nicht so, wie es sein sollte, weil einfach der Verzug zwischen den Signalen so lange wird, dass das nicht mehr funktionieren kann. Und in sehr vielen Aspekten bei Augmented Reality, wo es darum geht, Echtzeit-Informationen zu verarbeiten, ist diese Latenz ganz wesentlich. Ich denke zum Beispiel auch an vielleicht neue Dinge, die man sich vorstellen kann, dass ich Augmented Reality-Brillen habe, die eine neue Art von Navigationssystem für meine Fahrradtour sind. Da macht es schon Sinn. Dass die Straße dann kommt, wenn ich an die vorbeifahre. Und auch die Gefahrensituationen in Echtzeit illustriert werden. Absolut. Also man kann dann das Internet der Dinge, die Dinge dann auch zu vernetzen, mit Sensoren auszustatten etc. Darum geht es ja dann. Ich hatte auch was zum Thema Network Slicing gesehen, was ich ganz spannend fand. Also auch noch weitere Möglichkeiten mit 5G Standalone. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen und das mal erklären, was das überhaupt ist? Also bei Network Slicing wird ein bestimmtes Stück des Netzes quasi exklusiv für einen bestimmten Kunden oder auch eine bestimmte Applikation zur Verfügung gestellt. Man kann zum Beispiel bei großen Sportereignissen davon ausgehen, dass Sicherheitsbehörden Interesse haben, permanent höchste Verfügbarkeit ihrer Kamerasysteme, ihres Sprechfunks etc. zu haben, wenn die das über 5G abwickeln. Und dann kann ich für solche Applikationen in einem bestimmten Arealgebiet exklusiv diese Funktionalität freischalten. Das heißt, egal wie viele zum Beispiel im Fußballstadion sitzen würden. Die beeinflussen dann nicht mehr diejenigen, die dieses Slice benutzen. Wir nehmen da immer auch das Beispiel der im Bus sitzenden Schülergruppe, die alle Netflix schauen und quasi an so einer Veranstaltung vorbeifahren. Wir wissen, Mobilfunk ist ein geteiltes Medium und wenn jemand viel konsumiert, nimmt er dem anderen möglicherweise ein bisschen was weg. Bei dem Slice ist das nicht so. Anderes Beispiel ist, Bahnbetreiber überlegen, das ETCS, das European Train Control System, auch auf so einen Slice zu legen. Da gab es auch schon Tests zwischen, ich glaube es war Nürnberg und Ingolstadt auf einem Bahnabschnitt, wo genau das ausprobiert wurde, quasi klassische Kommunikationssysteme durch solche neuen abzulösen. Wofür und wann Networkslicing noch wichtig ist, das hört ihr dann ganz ausführlich in der neuen Podcast-Folge am Samstag, das ganze Gespräch. Das ist eine Technologie. In welchen Schuhen würdest du die packen? In die Kinderschuhe? In die Jugendschuhe? Oder sind wir... Das ist eigentlich an der Schwelle vom Jugendschuh zum Erwachsenenschuh. Ehrlich? Soweit schon? Okay. Was ist das Nächste, was da auf der Zielgeraden steht? Also ich glaube, das Wesentliche ist jetzt, all diese Technologien, und darum geht es ja immer, so ein bisschen Henne-Ei-Thematik auch mit Leben zu füllen. Sprich, die Applikationen, die man darauf aufsetzen kann, dann auch dort einzubauen. Ein ganz großes Thema, das wir mit einigen anderen Netzbetreiberpartnern veröffentlicht haben, ist das Thema APIs, also Schnittstellen, die miteinander arbeiten. Da gibt es eine große Industrieinitiative, die nennt sich Camara, wurde von der GSMA, also dem quasi Branchenverband aller Telekommunikationsunternehmen, initiiert, wo es darum geht, einheitliche Schnittstellen für die verschiedensten Anwendungsgebiete zu finden, die dann auf 5G-Technologie, aber auch darunter aufbauen, bis hin auch zu Festnetz. Wir haben jetzt über technologische Trends gesprochen. In den nächsten fünf bis zehn Jahren hast du in den Raum geworfen und auch öfter fiel auch schon das Stichwort 6G, die Zukunft des Mobilfunks. Es klingt so ein bisschen noch nach Science Fiction. Kannst du mal erklären, was unterscheidet 6G von 5G vielleicht auch auf technischer Ebene und wo sind da so die größten Fortschritte? Also es wird natürlich keine Generation ohne zusätzliche Geschwindigkeit. Es wird natürlich nochmal ein ganzes Eck schneller sein. Experten rechnen damit, dass es in etwa 100 Mal schneller als 5G sein wird. Die Zuverlässigkeit und auch die technische Sicherheit wird enorm gesteigert. In den Abstimmungspapieren, die es zur Spezifikation gibt, wird auch davon geredet, dass es quantum secure ist, sprich auch Angriffen von Quantencomputern standhalten soll, was ja irgendwann bei quasi herkömmlicher Verschlüsselung nicht mehr der Fall sein kann, wenn die Quantentechnologie soweit fortgeschritten ist. Die Latenz wird nochmal geringer, als wir es heute im 5G-Netz sehen. Die Energieeffizienz wird nochmal ganz wesentlich gesteigert. Das ist das Stichwort grüneres Netz, was ich schon gesagt habe. Es wird von vornherein, wir haben es gerade erwähnt, KI, eine ganz wesentliche Rolle spielen. Sprich, das Netz wird Native AI schon integriert haben und bestimmte Szenarien, wie ich regle mal in der Nacht in bestimmten Gebieten, wo wenig Nutzung stattfindet, meine Kapazitäten runter, um zusätzlich noch Strom zu sparen. Das sind Dinge, die wir heute quasi durch Zusatzsoftware oder Zusatzmodule in unser Netz bringen, das wird zukünftig schon von vornherein eingebaut sein. Dann dieses Thema Kombinatorik der verschiedenen Netzarten, wie klassischer Mobilfunk, Wi-Fi und Satellit ist ein ganz wesentliches Thema. Und das finde ich besonders spannend, es gibt einen Aspekt, der nennt sich Joint Communication and Sensing. Es gibt heute ein Spektrum, das so gut wie unbenutzt ist und zwar ist das Radar. Da werden nur ganz wenige Prozent des verfügbaren Spektrums wirklich für Dinge wie Luftfahrt bzw. Abstandsradars im Automobilverkehr, das ist übrigens der größte Anwendungsfall von Radar, genutzt. Und ansonsten ist es eine eigentlich brachliegende Technologie. Und Gerhard Fettweis und das Team in Dresden haben mir erzählt, dass eben dieses Zusammenbringen der Radar und der Mobilfunktechnologie ein ganz wesentlicher Aspekt ist, wo man zukünftig Dinge wie Edge Detection auch über Radar lösen kann. Sprich, heute brauche ich eine Kamera, die gegebenenfalls nicht unbedingt GDPR-konform ist, weil ich ja irgendwelche Bilddaten auswerte. Und in der Zukunft kann ich das Ganze dann über ein Radarsignal unter Anführungszeichen ertasten, ersehen, ohne dass ich jetzt diese ganze Thematik von Bilddaten habe, die ich dann rausrechnen muss. Ist es nicht wirklich weit weg für den Verbraucher und für die Verbraucherin? Du sagst, nee, ist es nicht. Nee. Und eben auch dieser Aspekt, dass wir als Netzbetreiber müssen nicht großartig zukünftig Technologie austauschen, sondern können wirklich den Knopf dann drücken, sobald die Software da ist und das als Update einspielen. Wird es natürlich auch nochmal um einiges interessanter, auch was quasi die Ausrollgeschwindigkeit betrifft. Ja. Wenn wir dann soweit in der Zukunft sind, gibt es dann Technologien, die wir irgendwann nicht mehr brauchen? Also ich denke jetzt ans Festnetz. Brauchen wir überhaupt jetzt noch das Glasfaser, was wir überall durchschießen? Also ich habe kürzlich meinen Kindern mal, weil ich es irgendwo gefunden habe, ein Wählscheibentelefon gezeigt. Da haben sie mich ganz groß angesehen. Weniger die Wählscheibe, die sie fasziniert hat, als der Hörer. Und sie gemeint haben, dann kann man da nicht herumgehen. Nein, da kann man nicht herumgehen. Also das sind so Dinge, die natürlich spannend sind. Aber das ist ja branchenübergreifend. Da gibt es ja viele Anknüpfungspunkte von Dingen, die es auch in der Form möglicherweise später noch gibt oder nicht. Fernbedienungen bei Fernsehgeräten. Das ist etwas, wo ich glaube, das wird es noch länger geben, weil es eher ein One-to-Many als ein One-to-One-Gerät ist. Aber ja, also ich glaube, dass es weiterhin jeder auch gerne haben wird, zu Hause in irgendeiner Art und Weise eine fixe Leitung zu haben mit einer noch höheren Bandbreite, als die er mobil nutzen kann. Auch Geräte, die halt permanent im Kontakt zum Netz bleiben werden. Also es wird eine gesunde Mischung zwischen den verschiedensten Technologien sein. Auf welche der Technologien, die wir jetzt in der Zeit angesprochen haben, freust du dich am meisten? Hast du vielleicht so drei Trends, wo du sagst, die willst du auf jeden Fall sehen in den nächsten 15 Jahren? Also dieses Thema, dass mein Brillenglas nicht mehr nur durchscheint, sondern gegebenenfalls auch Informationen darstellt, auf das freue ich mich schon. Einfach, weil es den Griff zum Smartphone unter Anführungszeichen erleichtert im Sinne dessen, dass die Information halt dann schon wirklich da ist. Vielleicht auch ein bisschen kontextbezogener, dass bestimmte Notifications, die alle paar Sekunden reinrauschen, dann vielleicht gerade nicht reinrauschen, weil das Gerät, mit dem ich unterwegs bin, auch weiß, in welcher Situation ich gerade bin. Das heißt, diese Kontextsensivität und das Filtern bestimmter Aspekte noch besser wird, aber da wird uns eben die KI ja auch helfen. Also diese Technologien finde ich extrem spannend. Es wird einfacher, es wird schneller. Ich bin ganz gespannt auf diese Zukunft, die du da gemalt hast. Vielen, vielen Dank, Michael Reinertz, für die spannenden Einblicke und Dankeschön, dass ich heute bei euch sein durfte. Gerne und hat uns sehr gefreut, dass du da bist. Noch mehr über unser Internet der Zukunft hört ihr am Samstag in der neuen Podcast-Folge das ganze Gespräch. Also schaltet da unbedingt ein. Und wie ihr das Internet der Zukunft am besten nach Hause holt, darum geht es jetzt. Favoriten Bei unseren Favoriten geht es um Router. Jeder hat sie ja zu Hause stehen, die Fritzbox. Und beim Anschaffen hat man ja die Wahl zwischen 74, 90, 95, 90, 75, 83, 75, 30, HD, GDL, MFG. Es gibt so viele unterschiedliche Boxen. Wer braucht was? Das beantwortet uns jetzt Thorsten Neuhezki aus dem Inside Digital Team. Hallo Thorsten. Hi, grüß dich. Wie findet man sich denn im Fritzbox-Wald zurecht? Na, ganz wichtig ist, du solltest wissen, was du zu Hause für einen Anschluss hast. Also ob du ein Kabelkunde bist, ob du ein VDSL-Kunde bist, ob du Glasfaser hast. Weil danach richtet sich am Ende, welche Fritzbox du dir anschaffst. Und da guckst du einfach auf die Nummern, die AVM da anbietet. Die Fünfer-Nummern sind die Glasfaser-Fritzboxen. Die Siebener-Nummern, was du eben sagtest, 75, 90 etc. Das sind die VDSL-Anschlüsse. Die 66er sind die Kabel-Fritzboxen. Und dann haben wir eben noch die für Mobilfunk, für LTE und für 5G. Okay, konkret, wer braucht welche von diesen? Weil es gibt ja auch zum Beispiel bei den verschiedenen Anschlussoptionen viele verschiedene Fritzboxen. Das liegt am Ende dran, was willst du machen? Willst du dir wirklich ein vernünftiges Heimnetzwerk aufbauen? Dann solltest du eine höherwertige Box nehmen. Erkennst du an einer hohen Nummer, beispielsweise 76, 90 ist eine sehr hochwertige Box. Wenn du dir eine 75, 10 hinstellst, also die letzten beiden Ziffern, ist die nicht ganz so doll, aber dafür eben auch günstiger. What you pay is what you get in dem Fall. Und auf der IFA, du warst ja auch schon zu Gast, wir haben ja eine Folge dazu aufgenommen, verlinke ich euch auch in den Shownotes. Da hast du ja auch ein paar Glasfaser-Fritzboxen gesehen. Das ist also so die Zukunft. Was sagt da der Test? Was macht die denn so besonders? Es gibt schon Glasfaser-Fritzboxen auf dem Markt, aber die, die AVM da jetzt gezeigt hat, das ist wirklich so die Zukunft. Da reden wir über 10 Gigabit LAN- und Warnanschlüsse. Also sprich, du kannst ja einen Anschluss mit 10 Gigabit dir am Ende dran packen. Sie haben auch eine Fritzbox für das neue XGS-Pon, also eine neue Glasfaser-Anschlussart nochmal gezeigt, die am Ende auch 10 Gigabit anbieten kann. Aber ganz ehrlich, brauchen wir das heute? Brauchen wir das morgen? Ich glaube nicht. Das heißt, das ist dann nur für wen was? Für die absoluten Freaks, würde ich sagen. Aber Glasfaser-Fritzboxen generell gibt es auch jetzt schon zu kaufen und auch für jedermann, der einen Glasfaser-Anschluss zu Hause hat. Wenn ihr euch da reinlesen wollt, dann klickt euch in die Shownotes. Da gibt es dann auch einen Artikel von Thorsten mit allen Details. Dankeschön. Hier rauscht die Zukunft oder halt eben nicht. Im Fall der Deutschen Bahn hat sie ja eher meistens Verspätung. Und als mein Kollege Timo Brauer aus dem Inside Digital Team vorgeschlagen hat, lass uns doch mal im Podcast darüber reden, warum die Bahn eigentlich unpünktlich ist, dachte ich, das ist es. Hallo Timo. Hallo. Erzähl mal, viele hören ja vielleicht gerade den Podcast auch im Zug. Warum sind die Bahnen eigentlich ständig zu spät und warum wird das immer schlimmer? Ja, es wird wirklich schlimmer. Also es ist auch mit Zahlen belegt von der Bahn auch offiziell. Das täuscht man sich nicht. Und das hat verschiedene Gründe. Ein Hauptgrund für die meisten Verspätungen sind im Moment die Infrastruktur. Also bis zu 80 Prozent der Verspätungen sind ja gar nicht auf die Züge selbst oder auf das Personal, sondern wirklich auf die Schienen und die restliche Bahninfrastruktur zurückzuführen. Und ich habe ja gelesen, nur rund 58 Prozent aller Fernverkehrszüge sind überhaupt pünktlich gewesen im September. Das ist jetzt ja kein so toller Wert. Und gerade der Wert geht auch eher nach unten. Du hast aber gesagt, es gibt einen Plan von der Deutschen Bahn. Im Jahr 2023 hat die Bahn ja sogar einen Plan vorgestellt, wie sie pünktlicher werden will. Was steht denn da drin? Genau. Es gibt jetzt einen Plan, wie man wieder pünktlicher werden soll. Und zwar bis 2027 sollen die Fahrgäste die ersten Verbesserungen auch merken davon. Weil das Problem ist ja, dass in den letzten 20, 30 Jahren viel zu wenig Geld investiert wurde in die Bahn und dadurch halt ganz viele Renovierungen aufgeschoben wurden und die Infrastruktur einfach im Moment in einem sehr schwächsten Zustand ist. Und das kann man nicht von einem Moment auf den anderen mit egal wie viel Geld beheben, weil Bauarbeiten dauert nun mal Zeit und wir haben auch nicht unendlich Personal und Geräte für diese Baustellen da. Das heißt, gute Nachricht, es soll irgendwann besser werden, aber schlechte Nachricht, damit es besser wird, wird es jetzt erstmal schlechter, weil Strecken werden ja gesperrt. Anders kann man ja nicht dran arbeiten. Genau. Aber auch dazu hat sich die Bahn eine neue Strategie überlegt. Denn statt, wie es aktuell der Fall ist, eben Strecken immer wieder zeitweise zu sperren oder nur Eingleis zu sperren von der Strecke und dann nach und nach Bauarbeiten und Sanierungen zu machen, hat man jetzt Strecken ausgewählt, die besonders wichtig sind oder auf denen es auch besonders oft Störungen gibt und wird diese Strecken in einer sogenannten Generalsanierung einmal komplett restaurieren. Das heißt, die Strecke wird für ein paar Monate lang nicht komplett gesperrt. Es gibt dann mit Ersatzverkehr entweder mit Bussen oder die Züge können andere Strecken in der Umgebung nehmen. Und in der Zeit werden alle Maßnahmen gebündelt durchgeführt. Also die Strecken, die Oberleitung, Signale, alles, was dazu gehört, auf einmal. Und dann sollen wir das ab wann merken? Du hast eben 2027 gesagt. Müssen wir jetzt echt noch drei Jahre warten, bis es wieder irgendeinen pünktlichen Zug gibt? Genau, also bis 2027 müssen wir uns leider noch gedulden. Also es gibt 41 Strecken, die von der Bahn ausgewählt wurden, die mit dieser Generalsanierung wieder fit gemacht werden sollen. Die erste davon ist jetzt schon im Gange. Also zwischen Frankfurt und Mannheim ist aktuell voll gesperrt und die Strecke wird mit dieser Generalsanierung ja komplett neu gemacht eigentlich und soll in Mitte Dezember abgeschlossen sein. Und jetzt in den nächsten Jahren folgen noch ein paar weitere Strecken und bis 2027 hat man sich zum Ziel gesetzt, wieder 75 bis 80 Prozent Pünktlichkeit zu erreichen. Immerhin sind das ein paar Jahre Zeit, um möglichst viele Podcast-Folgen zu hören. Nehmen wir das Positive. Ihr könnt übrigens bei Übermorgen gleich weiterhören. Wir haben fast 30 Folgen. Damit kommt man sicherlich auch nach Berlin zum Beispiel. Dankeschön, Timo. Sehr gerne. Check, check. Hier begrüße ich heute Corinna Oettinger aus dem Inside-Digital-Team. Hallo Corinna. Hallo Johanna. Wenn wir deine Stimme hören, dann geht es ja meistens um Games. Als Gaming-Expertin testest du gerade wieder die neuesten Spiele, die im Herbst rausgekommen sind oder noch rauskommen. Ich bin ziemlich neidisch auf deinen Job, muss ich sagen. Es ist ein guter Job. Es macht Spaß. Was ist in diesem Herbst deine Top 3, Corinna? Wer ist denn auf Platz 3? Ich muss sagen, auf Platz 3 ist für mich in diesem Herbst tatsächlich ein Spiel, was schon länger draußen ist, aber was auf jeden Fall jeden Herbst genial ist. Und dazu gehören für mich die Story-of-Seasons-Spiele. Das sind entspannte, niedliche Farmsimulationen mit Liebesleben, Tiere pflegen und Landwirtschaft. Es macht einfach Spaß. Ist Top 2 denn auch so in die gemütliche Richtung oder ist er so eher Halloween? Oh, Top 2 geht auf jeden Fall Richtung Halloween. Da wären wir nämlich dann bei einem Silent Hill 2 Remake, das jetzt vor kurzem rausgekommen ist und super ankommt bei Spielern. Das ist gruselig, das ist atmosphärisch, das ist einfach ein gutes Remake. Okay, passend also zu Halloween. Top 1, ist das auch Halloween oder mehr in die gemütliche Richtung? Oh, weder noch. Top 1 ist auf jeden Fall bei mir aktuell das neue Call of Duty Black Ops 6. Da habe ich mich lange drauf gefreut. Ich habe die Beta gespielt und endlich wieder einen guten Shooter zu haben, das ist was Tolles. Ich muss sagen, ich bin kein großer Shooter-Spieler. Das heißt für mich war es einer der ersten Shooter, die ich gespielt habe. Was mir dabei besonders gut gefallen haben, waren die neuen Spielmodi. Und ich weiß, dass da die Community ein bisschen gespalten ist, aber mir macht es einfach Spaß. Also wenn ihr euch da mal reinklicken wollt, Corinnas Spielempfehlung findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes und könnt ihr auch auf einem Artikel auf Inside Digital nochmal nachlesen. Dankeschön, Corinna. Dankeschön, Johanna. Freu dich auf morgen. Die gute Nachricht am Ende jeder Übermorgen-Folge kommt aus Köln. Da hat die Stadt jetzt mitgeteilt, dass Mähroboter abends und nachts ab sofort ein Mähverbot haben. Und zwar, um Igel zu schützen. Besonders Roboter sind eine Gefahr für die kleinen Tiere, weil sie ziemlich leise und oft auch unbeaufsichtigt unterwegs sind. Generell heißt es vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, bitte nur tagsüber mähen lassen und vorher einmal das Gras absuchen. Dann gibt es auch keine Gefahr für Igel. Und wie das ja schon Tradition ist bei Übermorgen, habe ich bei Michael Reinhardt von Vodafone auch gefragt. Worauf freust du dich morgen? Ich freue mich auf morgen, weil jeder Tag wieder neue Innovationen bringt und wir natürlich ständig überlegen, wie wir diese spannenden neuen Dinge, neuen Technologien umsetzen können und Mehrwert für unsere Kunden schaffen können. Und ich freue mich, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung und eine Abo da lasst, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die gibt es schon am Samstag, das ganze Gespräch mit Michael über unser Internet von morgen. Und am Donnerstag in zwei Wochen kommt dann schon die nächste Übermorgen-Folge. Bis dahin, freu dich auf morgen. Bis dahin, freu dich auf morgen.